Das ist Kleiner Donner. Denkst du, ich schaffe es eines Tages auf Kleiner Donner zu reiten? Nein, mein Sohn. Unsere besten Jäger haben das schon versucht. Doch gelungen ist es keinem. Mit Kleiner Donner befreundet zu sein, ist Jakaris größter Traum. Und er bekommt unerwartet Hilfe. Ich bin großer Adler, dein Beschützer. Für deinen Mut und deine Güte will ich dir die schönste meiner Vätern schenken. Doch die Feder soll nicht die einzige Gabe sein, die ich dir schenken will. Hallo, Eile. Du kannst ja meine Sprache sprechen. Ich habe verstanden, was du gesagt hast. Das bricht bieberisch. Jakari. Ich danke dir, dass du mir geholfen hast. Zurück an die Arbeit. Ich lauf ja schon. Wenn ich so laufe, komme ich viel später zum Damm. Und die anderen sind längst fertig. Das fängt ja richtig gut an. Die Zeit der großen Winde wird schon bald hereinbrechen. Wir müssen Farb verlieren. Ich werde dieses Pferd erwischen. Die kommen uns nicht hinterher. Du darfst doch mal im Rücken sitzen, wann immer du willst. Juhu! Sind wir bald da? Jakari. 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 Der Kinofilm. Ich bin nicht. Oh. Demnächst nur im Kino. Ich bin nicht hinter der severance. Aber der Kinofilm. Kannst doch nicht werben können wissen Sie? Ich bin dringend. Dasіш�rido. Ich bin nicht. auf. Ich bin nicht, das ist haltogen. Vielen Dank.